Es war eines, wir würden gerne anfangen. Geschätzte Landwirtinnen, geschätzte Landwirte, werte Referenten, liebe Gäste. Als Huseher und direkt vom Inforama und im Namen der Organisatoren möchten Sie ganz herzlich zum heutigen Anlass begrüssen. Ihre Teilnahme, Ihre zahlreiche Maschinen zu dem Anlass freut uns ausserordentlich. Die Feldtagung heute Nachmittag steht unter dem Motto Landwirtschaft 4.0, Nutzen und Grenzen im Ackerbau. Sie nimmt damit ein Thema und den Faden der ersten Feldtagung vom 5. Juni wieder auf. Das grosse Echo und das Interesse von Ort und in den Medien hat uns motiviert, wiederum das Beste auch für den Nachmittag zu geben. Am 5. Juni haben wir ja unter dem Leitkonto Pflanzenschutz von der Hacke zum Roboter, verschiedene Maschinen und Roboter im Feldeinsatz zu zeigen können. Die Gemeinsamkeit von diesen Maschinen hier ist es ein Ziel zu verfolgen, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Heute Nachmittag weiten wir das Thema und den Fokus noch ein bisschen aus, indem wir nicht nur aus der Optik von Pflanzenschutzmittelreduktion, sondern generell über die technischen Entwicklungen im Ackerbau reden. Ich möchte die Gelegenheit kurz noch benutzen, Stichwort Pflanzenschutz, darauf hinzuweisen, dass wir ab dem nächsten Frühling, also Frühling 2019, sechs neue Arbeitskreise zum Thema Pflanzenschutz werden anbieten. Das Ziel besteht darin, Betriebsleiter zu motivieren, sich zum Thema gezielten und nachhaltigen Pflanzenschutz weiterzubilden, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Wege zu gehen. Und da sehen wir in einem Arbeitskreis, das ist ja das Erfolgsmodell der Beratung von Bauer zu Bauer. Sie werden weitere Informationen in den Newsletter vom Berliner Bauernverband und Newsletter vom InfoRama dazu geben, ob Sie noch bekommen. Zum heutigen Programm. Wir fangen am Nachmittag zuerst mit einem Input-Referat, gefolgt von einer Podiumsdiskussion an. Nachher gehen wir wiederum ins Feld, an drei verschiedene Pösten, wo man verschiedene Demonstrationen von Maschinen und Systemen erleben darf. Zum Abschluss wird es wiederum ein Apparum geben, vor einem Feindimmerum, wo man die einzelnen Maschinen auch genauer anschauen kann. Ich möchte die Gelegenheit noch benutzen, um meinen Dank auszusprechen. Zuerst sprechen wir in unseren weiteren Partnerorganisationen, der Hochschule für Agronomie, Forschung und Lebensmittelwissenschaften und der Fachstelle Pflanzenschutz vom Landamt. Herzlich danken für die Mitorganisation von diesem Anlass. Namentlich danke an der Stelle am Organisationskomitee, Alexandra Schlöder, Stefan Gefäller und Markus Hofers. Mein Dank geht aber auch an alle Firmen und Partner, die sich bereit erklärt haben, ihre Maschinen und Technologien zur Verfügung zu stellen. Sie finden alle die Namen hier aufgelendet, auf der Folie und auch auf dem Flyer von Aussen. Jetzt steigen wir aber ein ins Input-Referat. Ich darf Ihnen den Herrn Birx vorstellen. Der Sebastian Birx ist im Konzern CNH Industrial Spezialist für die Precision Farming für die Länder Österreich und Schweiz. CNH Industrial ist ein Hersteller von Nutzfahrzeugen und umfasst Marken wie die Uveco, Case, Stey und New Holland. Die CNH ist eigentlich eine Abkürzung und steht für Case New Holland. Herr Birx, darf ich Ihnen das Wort übergeben. Danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne in der Schweiz. Deswegen habe ich mich sehr über die Einladung von Stefan gefreut. Ein herzliches Grüezi an alle. Was erzähle ich Ihnen heute? Ich wollte einfach mal aufzeigen, wo kommen wir her? Warum reden wir über das Thema Landwirtschaft 4.0? Ich persönlich mag den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, weil viele gar nicht wissen, was es ist. Und ich möchte einen Ausblick geben, wo die Reise hingeht, aber auch nicht vergessen, was haben wir noch gar nicht geschafft, bevor wir über Landwirtschaft 4.0 reden können. Das, glaube ich, die Folie kennen viele, dass unsere Bevölkerung wächst in einem rasanten Tempo, ist, glaube ich, allen bewusst. Die Zahlen sind relativ meiner Meinung nach. Was entscheidend für mich ist, die Zahl 35 Jahre. Wir sehen nachher eine Grafik, wie schnell die Evolution und die Entwicklung von Technik geht. Und wenn ich dann sehe, wie schnell die Bevölkerung wächst, ist das sehr bedrohlich, wenn wir nicht da was gegen tun. Hier kurz zusammengefasst, wir haben ca. 9 Billionen Menschen. Das bedeutet eine Nahrungsmittelproduktionssteigerung von ca. 70%. Eins ist klar, die Welt kann nicht wachsen. Und wir wissen, die nutzbare Agrarfläche, die sind limitiert und werden jeden Tag mit mehreren Fußballfeldern groß wieder weggenommen. Ja, und am Ende des Tages brauchen wir dafür Lösungen. Ich stelle mich ein bisschen nach hier. In Zahlen, um es mal einfach darzustellen, dass es jeder versteht, also wir haben hier einen Hektar im Jahre 2000 gehabt und wir haben einen Hektar im Jahre 2050 und müssen in den 50 Jahren ca. die doppelte Anzahl an Menschen ernähren. Was brauchen wir dafür? Effizienzsteigerungen und Produktionssteigerungen. Kurze Übersicht, ich denke, viele von Ihnen kennen diese Grafiken. Zu der Zeit haben wir, die meisten von uns, ich würde sagen fast alle noch nicht gelebt, aber da ging es mal irgendwann los im Jahre 1900 mit der Motorisierung, der ersten Revolution, wo die Mechanisierung Eintritt gefunden hat in die Landwirtschaft oder allgemein in die Industrie. Dann ging es weiter, die grüne Revolution, da hat man dementsprechend bessere Saatgut auf den Markt gebracht und hat den Ertrag logischerweise gesteigt und hat gewisse Verbesserungen in der Aussaatqualität gehabt. Dann ging es schon zum Thema Precision Farming, das ist der Begriff, der sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren ziemlich eingebrannt hat in die Köpfe aller. Was darunter zu verstehen ist, ist hier mal an 5 Punkten aufgeführt. Am Ende des Tages kann ich dafür 20, 30, 40 Begriffe finden. Aber ich denke, alle finden sich bei dem ersten Punkt wieder, sehen wir auch heute im Feld. Längssysteme, die einfachste Form des Position Farmings, Ertragskartierung, variable Applikationen, werden wir auch draußen sehen, Telemetrie und Datenmanagement. So, und jetzt sind wir endlich beim Landwirtschaft 4.0. Da habe ich jetzt mal extra nichts hingeschrieben, weil ich eben gesagt habe, dass eben die Landwirtschaft 3.0 noch gar nicht abgeschlossen ist, aber alle schon in Landwirtschaft 4.0 wollen und alle glauben, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann habe ich den Zug verpasst. Was am Ende des Tages nicht ganz richtig ist. Ich habe mal hier zwei Grafiken rausgenommen aus dem Internet. Hier mit einem Kreislauf. Da gibt es zig verschiedene Kreisläufe, die ich zu diesem Thema aussuchen kann. Was zeigt uns dieses Bild? Es ist sehr komplex. Es ist nicht nur Landwirtschaft 4.0 und wir sind jetzt noch moderner und noch smarter. Ich habe dann auch hier ein paar Begriffe rausgesucht. Digital Farming, Smart Farming, Vernetzung, Kommunikation, RTK, Isobus und so weiter. Mir persönlich gefällt der Begriff Smart Farming in dem Moment am besten. Da können sich die Leute noch was darunter vorstellen, weil man bekennt den Procision Farming Begriff aus den letzten zehn Jahren und denkt sich, ah ja, Smart Farming, das ist jetzt noch etwas smarter. Macht ja auch Sinn. Deswegen benutze ich meistens eigentlich lieber den Begriff Smart Farming. Gut, dann wissen wir jetzt alle, was Landwirtschaft 4.0 ist, oder? Es sind noch viele fragende Gesichter. Hier nochmal eine Abschlussfolie zu diesem Bild. Landwirtschaft 4.0 hat viele, viele Facetten. Das ist eben nicht nur die Industrie mit ihrer Technologie, also Industrie 4.0 heißt auch wieder 4.0, oder Internet der Dinge, Internet of Things. Das ist aber auch unsere Viehhaltung, unsere Pflanzenproduktion und am Ende des Tages auch die komplette Branche mit ihren einzelnen Unternehmen bis hin zum Händler. Das heißt, allein diese Folie zeigt, wie komplex das am Ende des Tages ist und der Landwirt, der in der Mitte steht, soll alles begreifen. Schwierig. Gut. Und wie realisieren wir das jetzt? Ich versuche es mal. Gehe nochmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich Position Farming? Jemand eine Idee? Ein Begriff reicht. Ihr könnt einfach reinrufen. Ihr alle macht Position Farming jeden Tag. Was heißt das? Ihr macht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort irgendwas. Das ist Position Farming. Das heißt, wir alle machen Position Farming. Vielleicht muss man sich von dem Begriff ein bisschen lösen, aber am Ende des Tages ist das nicht mehr als diese drei Begriffe, die hier an der Tafel stehen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie alt ist Position Farming? Jetzt möchte ich aber eine Zahl hören aus dem Publikum. Ratet mal. Traut euch ruhig. Ich weiß nicht. Ich habe immer ein Beispiel genommen von einem Betrieb aus Holland. Das steht glaube ich Juli 1959. Da hat der Papa vom Jakob von der Borne bereits aufgeschrieben, wann er was zu welcher Zeit getan hat und wie viel hat er auf das Feld ausgebracht. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft natürlich, weil wir hier über Landtechnik sprechen. Aber ihr alle kennt das. Wir schreiben alle mal ein Notizbuch und schreiben auf, wann war ich denn nochmal da auf dem Acker und habe da was gemacht oder wann war ich auf dem Fußballplatz oder wann habe ich das letzte Mal meine Freundin besucht oder was auch immer. Und wenn ich das dann runterbreche auf Genauigkeit, also was ist eigentlich Genauigkeit, kommen wir eigentlich zu dem Thema, wo es dann Richtung Smart Farming Landwirtschaft 4.0 geht. Jetzt gehen wir mal wieder in das Jahr 1900. Da hatten wir alle schon eine Farm oder unsere Vorgänger. Da standen unsere Maschinen drin oder damals die Pferde. Was haben die damals auch schon gemacht? Sie sind irgendwann ins Feld gefahren, korrekt? Sie haben das Feld bestellt. Was haben sie dann gemacht? Circa in den 90er Jahren. Was hat dann angefangen? Das habe ich eben schon mal bei Precision Farming 3.0 gesagt. Ich habe zoniert mein Feld bearbeitet, okay? Weil mein Feld ist nicht immer homogen. Das heißt, ich habe eine Herausforderung im Feld, das zoniert zu bearbeiten. Und der Markus hat es eben in der Einführung gesagt. Das haben wir in der ersten Veranstaltung gesehen. Welche Technologie war hier sehr stark vertreten? Robotik. Warum? Weil wir auf die Pflanze eingehen und nicht mehr auf das ganze Feld. Wir haben verstanden, dass das Feld unterschiedlich ist vom Boden, verschiedene Potenziale hat. Und deshalb müssen wir jetzt den letzten Schritt Richtung Genauigkeit gehen, dass wir auf die Pflanze individuell eingehen. Ich habe es mal Herausforderungen für die Landtechnik genannt. Was für Technologien es da gibt. Aber erst mal, was für Schritte haben wir denn noch überhaupt zu tun? Datenneutralität. Ich habe es mal in Anführungsstrichen geschrieben. Wir haben eben, dass Stefan und ich standen hier am Laptop und haben versucht, vom MacBook auf einen normalen Laptop das HDMI anzuschließen. Das hat nicht funktioniert. Wir brauchten einen Adapter. Und das haben wir in der Lamptechnik noch viel, viel schlimmer. Und da sind wir immer noch in Stufe 3. Wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir eine Datenneutralität, ein offenes Datensystem hinbekommen, wo jeder den USB-Stick vom John Deere in den Holland reinsteckt. Bis heute nicht. Aber wir wollen über Landwirtschaft 4.0 sprechen. Beißt sich die Katze in den Schwanz. Nächster Punkt. Konnektivität. Habe ich auch schon eben erwähnt. Wo war das? Jawohl. Auch in Stufe 3. Telemetrie. Ja, wir können jeder Konzern, jede Marke für sich kann vielleicht seine Daten in ein Portal reingeben. Aber dass wir diese Daten dann alle untereinander austeilen können, dass der Lohnunternehmer zum Kunden A und zum Kunden B fährt, auch da sind wir noch nicht. Und dann, ich denke, wenn ich da Richtung Hans-Peter gucke, der Lieblingsbegriff einiger Jungs, die schon länger dabei sind, das Thema Isobus, was sicherlich in den letzten Jahren sehr positiv aufgefallen ist. Jetzt dann auch Isobus Klasse 3. Den Begriff hört man auch immer mehr. Habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wo wir so Thematiken in der Praxis sehen können oder auch sehen werden. Also sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben hier eine Maschinenkombination Ballenpresse mit Traktor, wo dementsprechend die Ballenpresse an meinem Traktor vorgibt, wie schnell sie fahren kann, um eben auch effizienzsteigernd zu arbeiten. Oder ein Kartoffelroder. Oder oder. Das führt dann dazu, dass ich dementsprechend einer Desktop-Software, einem Telemetrieportal, die Daten dementsprechend sehe, auswerten kann und verrechnen kann im letzten Schritt. Führt aber am Ende des Tages oder soll sowas führen. Und da sind wir dann wieder bei Lampage 4.0, wenn wir den Namen nochmal nennen wollen. Autonomie. Wir werden es nicht schaffen, so viel zu produzieren. Da denke ich jetzt vor allem an die Länder Russland, Ukraine, Kanada und USA. Natürlich im ersten Schritt, weil wir da die größeren Flächen haben. Aber auch in gewisser Weise Autonomie in Sonderkulturenbau, im Wein- und Obstbau, wo wir jetzt schon Beispiele in Europa sehen. Ich habe es mal genannt, Technologie und Produkte sind bereits vorhanden. Was gibt es denn jetzt schon, wo wir, jeder Betrieb, wie er kann und wie er möchte, was zu seinem Betrieb passt, an Lampage 4.0 teilnehmen? Nehmen wir die Nier-Technologie. Ich denke, ich habe das Beispiel nicht ganz unbewusst gewählt. Wir sehen es ja nachher im Feld. Das ist eine Technologie, die ich sehr flexibel und umfangreich einsetzen kann. Sei es in der Pressentechnologie, im Feldhäcksler, im Mähdrecher, in der Wein- oder auch Kartoffelernte. In Deutschland haben wir zum Beispiel das Güllefass jetzt vergessen. In Deutschland haben wir eine neue Düngemittelverordnung, wo wir dementsprechend bereits nachweisen müssen oder der Landwirt nachweisen muss, wo habe ich wie viel N ausgebracht. Genauso kann ich diese Technologie auch bei weiteren Maschinen einsetzen. Das ist ein Beispiel. Weiteres Beispiel. digitale Unkrautbekämpfung. Ich habe gerade den Reto Minder, den kennen auch einige von euch getroffen, zufällig, und sagte ihm, welches Problem er zurzeit hat. Und es fiel sofort, ja, Herbizid, Problematik und so weiter, Mittel werden verboten. Könnte ein Ansatz sein. Oder, wie wir es draußen auch sehen, ja, das ist eine andere Firma, aber es ist am Ende des Tages wurscht, eine N-Sensor-Technologie, wo ich dementsprechend zoniert mein N- und mein Düngermittel ausbringen kann, sodass es für die Zonierung passt. Hier zwei Beispiele, eins davon sehen wir im Feld, wo wir bereits den Schritt gemacht haben, diese Technologie anzunehmen und für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen, ist im ersten Beispiel eine Wetterstation, einfach sinnvoll einzusetzen, für jeden zu bedienen, die ich dementsprechend über eine App verbinde, und dementsprechend meine Daten als Landwirt einsehen kann. Ein kurzes Beispiel, ich fahre zum Beispiel in einen Kartoffelschlag, der weiter weg ist, dauert für mich eine halbe Stunde, ich muss prüfen, wie sind die Wetterkonditionen oder verlasse mich auf Wetterdaten, die von einer weiteren Station gegeben werden oder aber ich hätte eine Wetterstation direkt im Feld und weiß auf einen Blick, was passiert in meinem Feld. Wann muss ich spritzen? Ich habe eine 14 Tage Wettervorhersage mit Schädlingsprognosen, Wannenmusik gegen Fäule spritzen und so weiter. Nächstes Beispiel, wir sehen es nachher in zwei Vorausführungen, einmal am Quad und einmal am Traktor angebaut, ein Bodensensor, das heißt eine neue Technologie, wo ich dementsprechend über magnetische Induktion meine Bodenstruktur messen kann. Was kann ich da messen? Ich meiste Verdichtung, Bodenbeschaffenheit und den relativen Wasseraushalt. Gerade in diesem Jahr wieder vollkommen aufgegangen oder gesehen, was passiert, wenn man dementsprechend zu stark sät. Meine Pflanzen bekommen einfach zu wenig Wasser. Das könnte ich zum Beispiel mit dieser Technologie besser gestalten. Warum habe ich das Beispiel gewählt? Weil ich hier auch ganz klar sage, Technologie kann in Zukunft nur noch standardisiert angeboten werden und darf auch nur noch standardisiert angeboten werden, weil am Ende des Tages die Isobus sich entsprechend doch durchgesetzt hat, kann man inzwischen sagen und diese ganze Technologie basiert auf dem Isobus. Gut, dann komme ich zu meinen zwei letzten Folien. Entschuldigung. BigData, das ist ja auch so ein Begriff, den man immer wieder gerne hört. Gerade die Jüngeren unter uns kennen das, jeder hat ein Smartphone, Daten, Daten, Daten. Da werden jeden Tag wie viele bei WhatsApp geschickt, Bilder? Reichen 20? Na, ihr grinst schon wahrscheinlich nicht. Es sind noch ein paar Videos dabei, da haben wir auch schon Daten. Aber in der Landtechnik produzieren wir noch viel, viel mehr Daten. Aber Daten alleine bringen uns leider nichts. Entschuldigung. Wir müssen aus den Daten auch was machen. Daten alleine bringen gar nichts. Ich habe hier mal eine Grafik gefunden von einem Kollegen aus Südafrika. Am Ende des Tages haben wir einen massiven Pool an Daten. Daten, aber bis ich daraus einen Wert habe, ihr seht die Pyramide selber, muss ich erstmal wissen, was mache ich mit diesen Daten? Wie kann ich diese Information umwandeln, dass ich dem Landwirt einen ersten Dienst gebe, was kann ich damit tun? Der nächste Punkt, ich brauche das Wissen dafür, der dritte Punkt ist, die Intelligenz, sprich die Softwarelösung dahinter, muss da sein, um das eben weiter zu prozessieren. Daraus eine Entscheidung und im nächsten Schritt eine Aktion abzuleiten. Und erst dann habe ich einen Wert. Und was mir zum Beispiel ganz gut gefallen hat, immer in der Schweiz, war das Thema Ausbildung. Weil am Ende des Tages kann ich schon einen Wert generieren, aber ohne Bildung, ohne nötiges Know, kann ich niemals zu diesem Punkt kommen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Wir haben es im Vorfeld kurz besprochen. Ohne Ausbildung, ohne Wissen werden wir zu diesem Punkt niemals kommen. Und das ist einfach die Grundlage, einfach für euch und für Sie zu verstehen, dass Daten alleine nicht ausreichend sind. Kurz zusammengefasst, was hoffentlich rübergekommen ist, Precision Farming 3.0 ist noch nicht abgeschlossen. Und wir sollten alle keine Panik bekommen, dass Landwirtschaft 4.0 jetzt auf meinem Betrieb sofort eingesetzt werden muss. Nein, wir haben hier auch noch genug Hausaufgaben. Wir brauchen offene Datensysteme, damit ich am Ende des Tages eine Konnektivität zustande bringe. Wissenstransfer und Ausbildung ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, ohne dass wir das alle nicht schaffen werden. Und dann, wenn wir dann Richtung Internet der Dinge gehen, Richtung Smart Farming, ja, da bin ich dann im Bereich, wo ich dementsprechend neue Technologien einsetzen kann, um dementsprechend diesen Weg auf Landwirtschaft 4.0 mitgehen zu können. Und dann ein letzter Punkt, glaube ich, das habe ich eben auch wieder bei ein, zwei Gespräche schon mitbekommen, unsere Böden sind unser Kapital. Das haben wir diesen Sommer wieder per Excellence kennengelernt, die sich damit beschäftigen. Und in dem Sinne, ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, möchte ich gerne das Referat damit auch beenden. Vielen Dank. Merci.